Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Summenformel für ungerade Zahlen und ihren Beweis per Induktion. Mathe ist wie Sport. Du musst üben, um besser zu werden. Eine Trainingsmethode, die ich im Sport gerne benutze, ist das sogenannte Pyramidentraining. Dabei macht man von einer Übung erst eine, dann zwei, drei, vielleicht vier Wiederholungen und baut dann die Rampe wieder abwärts mit drei, zwei und einer Wiederholung. Die Zeitbelastungskurve nimmt dabei die Form einer Pyramide an. Doch wie viele Wiederholungen macht man eigentlich bei einer Stufenhöhe von 1, 2, 3 oder 4? Und was geschieht für allgemeine n? Bei einer Pyramidenhöhe von 1 macht man eine Wiederholung. Bei Höhe 2, 4, bei Höhe 3, 9, bei Höhe 4, 16 und es drängt sich der Verdacht auf, dass allgemein bei einer Pyramide der Höhe n man insgesamt n Quadrat Wiederholungen macht. Wir können uns das am Beispiel der Pyramide von Höhe 4 so erklären. Die Rampe abwärts ergänzt die Rampe aufwärts genau zu einem Quadrat der Seitenlänge 4. Wir haben gerade geometrisch gesehen, dass die Anzahl der Wiederholungen beim Pyramidentraining genau die Quadratzahlen sind. Nun geht es um den formalen Beweis dieser Aussage mit vollständiger Induktion. Wir können die Größe der Pyramide so abzählen. Die Summe von 1 bis n minus 1 gibt uns die Rampe aufwärts. n gibt die Höhe der Pyramide und die Summe von n minus 1 bis 1 gibt die Rampe abwärts. Formal sieht das dann so aus. Wir haben zweimal die Summe der Zahlen von 1 bis n minus 1, denn in den beiden Rampen aufwärts und abwärts haben wir genau die gleichen Zahlen addiert. Hinzu kommt n, die Höhe der Pyramide, und wir behaupten, dass das n Quadrat ergibt für alle natürlichen Zahlen n. Zur bequemeren Bezugnahme nenne ich diese Aussage jetzt phi von n. Wir behaupten also, dass phi für alle natürlichen Zahlen n gilt. Die Struktur eines Induktionsbeweises sieht so aus. Wir müssen zeigen, dass phi für die erste Zahl wahr ist, von der wir es behaupten, und wir müssen zeigen, dass, wenn phi für eine Zahl wahr ist, phi auch für den Nachfolger wahr ist. Die Vorstellung, die du dazu haben solltest, ist die einer Dominokette. Der erste Stein muss fallen, und jeder Stein, der fällt, muss seinen Nachfolger mitreißen, damit die gesamte Kette fällt. Wenn wir dies zeigen können, dann haben wir einen vollständigen Induktionsbeweis. Das Umstoßen des ersten Steines heißt Induktionsanfang. Hier müssen wir zeigen, dass die Aussage für die Zahl 1 wahr ist. Also setzen wir die Zahl 1 in der linken Seite unserer behaupteten Gleichung für jedes Auftreten von n ein. Wir erhalten diesen Ausdruck, und den müssen wir jetzt umformen und zur passenden rechten Seite gelangen. Was wir hier links haben, ist zweimal die Summe über die Zahlen von 1 bis 0. Es gibt aber keine ganzen Zahlen, die mindestens 1 und höchstens 0 sind. Das heißt, wir addieren hier nichts. Nichts addieren heißt 0 addieren. Wir erhalten also 2 mal 0 plus 1. Und das ist eben 1, anders gesagt 1 Quadrat. Wir sind von der linken Seite für 1 zu der rechten Seite für 1 gelangt, der Induktionsanfang steht. Nun müssen wir zeigen, dass jeder Dominostein, der fällt, seinen Nachfolger mitreißt. Eine Aussage der Form, wenn a, dann b, beweist man, indem man a als wahr annimmt und daraus die Wahrheit von b folgert. Wir nehmen also an, unsere Aussage gelte für eine Zahl n. Und wir müssen jetzt im Induktionsschritt zeigen, dass unter Annahme dieser Induktionshypothese unsere Aussage auch für den Nachfolger gilt, für n plus 1. Wir setzen also n plus 1 auf der linken Seite unserer Behauptung für jedes Auftreten der Variablen ein. Und unser Ziel ist jetzt, durch geeignete Umformungen, die rechte Seite mit n plus 1 anstelle der Variablen zu erreichen. Hier drüben haben wir eine Summe, die bis n plus 1 minus 1 geht. Also, einfach gesagt, die Summe von 1 bis n. Und die zweimal. Jetzt kommt ein ganz typischer Schritt für Induktionsbeweise. Was wir benutzen können, ist diese Aussage hier. Das ist eine Aussage, die in dem Fall von 1 bis n minus 1 über die Summe geht. Wir haben aber eine Summe, die bis n geht. Wir brauchen sozusagen einen kleineren Teil der Summe, damit wir die Induktionshypothese benutzen können. Dafür nehmen wir den letzten Summanden aus dieser Summe raus. Der letzte Summand ist die Zahl n. Das ist das Höchste, was man für k einsetzen kann. Und dieser letzte Summand kommt zweimal, weil wir zweimal die Summe haben. Das heißt, wir können diesen Ausdruck auch folgendermaßen schreiben. Zweimal die Summe über die Zahlen von 1 bis n minus 1. Und dann kommen noch diese 2n dazu. Der letzte Summand einzeln daneben geschrieben. Der Vorteil davon ist jetzt, dass wir die Induktionshypothese einsetzen können. Wir haben nämlich diesen Ausdruck und wir haben auch das plus n hier daneben stehen. Nach Induktionshypothese ist zweimal diese Summe plus n nichts anderes als n², wie hier oben angenommen. Wir erhalten also unter Annahme der Induktionshypothese 2n plus n² plus 1 und das ist bekanntermaßen n plus 1 in Klammern zum Quadrat. Damit ist der Induktionsbeweis abgeschlossen. Nach dem Training zu wissen, wie viele Wiederholungen man gemacht hat, ist die eine Sache. Während des Trainings dringender ist aber die Frage, wie viele Wiederholungen dazukommen, wenn man sich entschließt, eine Stufe höher zu gehen. Bisher haben wir Quadrate in Verbindung zu Pyramiden gebracht. 4² zum Beispiel ist 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Betrachten wir hingegen die Differenzen von einem Quadrat zum nächsten, so ergibt sich folgendes Bild. Zur 1 müssen wir 3 hinzu addieren, um zu 4 zu gelangen. Zur 4 5 addieren, zur 9 7 addieren. Es sieht aus, als würden Schritt für Schritt ungerade Zahlen dazukommen. Und auch das kann man sich geometrisch schön veranschaulichen. Das Quadrat der Größe 1 muss um 3 Felder erweitert werden für das nächste Quadrat. Dann wiederum um 5 Felder für das nächste, um 7 Felder und so fort. Formal notiert man die Summe der ersten n ungeraden Zahlen so. Für alle k von 1 bis n addiert man 2k minus 1. Also 2 minus 1 plus 4 minus 1 plus 6 minus 1 und so fort. Wir behaupten, dass diese Summe n Quadrat ergibt. Im Induktionsanfang müssen wir zeigen, dass die Aussage für 1 erfüllt ist. Wir setzen 1 in der Summe ein. Wir erhalten einen Summanden, nämlich 2 mal 1 minus 1. Und der ist 1, also 1 Quadrat. Damit ist phi von 1 wahr. Für den Induktionsschritt nehmen wir nun an, dass phi von n wahr sei und müssen folgern, dass auch für den Nachfolger n plus 1 die Aussage erfüllt ist. Es ist also zu zeigen, dass die Summe der ersten n plus 1 ungeraden Zahlen dann auch n plus 1 Quadrat ergibt. Wir arbeiten von links nach rechts. Um die Induktionshypothese benutzen zu können, müssen wir den höchsten Summanden abspalten. Die Summe hier geht bis n plus 1. Diesen n plus ersten Summanden ziehen wir raus. Das ist 2k minus 1 für k gleich n plus 1. Und übrig bleibt die Summe, die nur bis n geht. Die Summe, die nur bis n geht, also die Summe der ersten n ungeraden Zahlen, ist laut Induktionshypothese n Quadrat. Der Term hier drüben vereinfacht sich zu 2n plus 1. Und wir haben 2n plus 1 plus n Quadrat. Das ist also n plus 1 Quadrat. Damit ist der Induktionsbeweis abgeschlossen. Wir haben die Summenformel für ungerade Zahlen geometrisch motiviert und formal bewiesen. Beides brauchst du in der Mathematik. Die Fähigkeit, formale Beweise zu führen und zu verstehen, aber auch Vorstellungen der Dinge, von denen wir formal sprechen. Beides lernst du, indem du es selbst übst. Indem du dir selbst Vorstellungen machst. Indem du selbst versuchst, formale Beweise zu führen. Mathis wie Sport. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Üben und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Üben und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Üben und bis zum nächsten Mal.